Hallo liebe Gartl- und Werkel-Fans, heute Tag 2 vom Überlebenstraining und Braunschweiger. Und den Schücher-Sturm haben wir auch noch. So ein Überlebenstraining kann echt schwierig sein. Herausfordernd, sowas weckt die Urinstinkte. Das ist wichtig, dass man das einmal im Jahr trainiert, damit man nicht aus der Übung kommt. Und morgen gibt es noch einen weiteren Teil. Da kommt dann die schwere Kost. Herbstzeit ist wieder Maronenzeit. Sie machen uns schlau und schlank. Im Vergleich zu den Walnüssen oder Haselnüssen enthalten Edelkastanien viel weniger Fett und damit auch weniger Kalorien. Also passen sie problemlos in jede Steirer-Diät. Die Edelkastanien sind reich an Kohlehydrate und das bedeutet, sie machen uns nicht nur ordentlich satt, sondern sorgen auch dafür, dass der Blutzucker nach dem Essen nur langsam ansteigt und relativ lange stabil bleibt. Zudem sind sie reich an Ballaststoffen und damit sehr gut für die Verdauung. Außerdem sind Edelkastanien reich an Kalium, aber arm an Natrium. Ihre fettlöslichen B-Vitamine bauen rote Blutkörperchen auf, fördern eine gesunde Haut und verbessern nachweislich die Hirnfunktion. Außerdem ist in Edelkastanien das Spurenelement Mangan enthalten. Dieses hilft wiederum dem Körper beim Entgiften, indem es die sogenannten freien Radikale einfängt. Den ersten Teil haben wir abgeschlossen, erfolgreich. Jetzt kommt der zweite Teil drauf. Hallo liebe Garteln und Werkel-Fans. Heute Tag 3 des Überlebenstrainings und heute kommt der Argestoff. Schmalzbrot, selber gemacht, verhockert, selber gekauft, aber super und Kastanien oder Maroni und Sturm. Da frische Kastanien sehr leicht verderblich sind, müssen sie zur Lagerung vorbehandelt werden, meistens durch die Hydrotherapie. Dort werden die Früchte einige Tage in kalten Wasser eingelegt und die Milchsäuregärung führt zu einer Konservierung der Kastanien. Anschließend werden sie dann getrocknet, aber frisch sind sie am besten. Und jetzt muss ich aufhören zum Quatschen, weil ich muss die Wohnung wieder zusammenräumen. Schließlich haben vier Tage Single-Dasein, einige sind Spuren hinterlassen und die Zeit wird knapp. Aber wir schaffen das. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns ein Like, gebt uns einen Daumen nach oben. Das motiviert, das gefreut uns. Vergesst nicht zum Abonnieren. Wir freuen uns über jeden Abonnenten, das motiviert und so können wir dann weitermachen. War was? Nein. Bis zum nächsten Mal.